Sie suchen nach dem idealen Abendprogramm mit Wienermusik? Da sind Sie bei uns richtig. Fahren Sie mit der DDSG an einem Donnerstagabend mit auf die Donau. Für nur 44 Euro können Sie ein herrliches Buffet umrahmt mit Wiener Liedern an Bord der DDSG genießen. Von Vorspeisen und Brettljause über Salatbuffet zu warmen Speisen und Desserts ist sicher für jeden etwas dabei. Bitte vergessen Sie nicht bei uns zu reservieren. Unter verlag.radiovienerlied.at oder telefonisch. Den Rest erledigen wir für Sie. Am Freideck darf auch geraucht werden. Und auch Ihren Hund können Sie gratis mit Beißkorb und Leine mitnehmen. Wer schlecht bei Fuß ist, kann mit dem Aufzug auf Schiffebene fahren. Abfahrt und Ankunft ist am Schwedenplatz. Das heißt, die Anreise ist ideal mit U4 oder U1, Straßenbahn 1 oder 2. Mit dem Auto können Sie in der Parkgarage am Franz Josef K. parken und sich für 8 Euro eine Nachsteckkarte am Schiff kaufen. Es unterhält Sie an Bord jeden ersten Donnerstag im Monat Marion und Erich Zipp. Jeden zweiten Donnerstag Franz Horacek und Partner. Jeden dritten Donnerstag Franz Pelz mit Partner. Und jeden letzten Donnerstag im Monat Michael Bärfler und Erich Zipp. Sie haben noch Fragen? Dann rufen Sie uns doch bitte einfach an oder schreiben uns ein paar Zeilen. Wir freuen uns auf Sie! Schiff Ahoi! Schiff Ahoi!